hallo liebe lego freunde ich bin holger der austrian brick fan aus dem schönen kärnten in österreich und heute lego creator 3 in 1 set nummer 31 148 der rollschuh 342 teile für 29 euro 99 unverbindliche preis empfehlung und neben dem rollschuh können wir noch zwei alternativen bauen einmal ein skateboard oder ja diesen ghetto blaster dieses radio ich würde natürlich jetzt definitiv mal den rollschuh bevorzugen das ist auch das was wir in diesem video bauen werden und ja ich denke lasst uns keine zeit verschwenden lasst uns loslegen also viel vergnügen so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.